Mess, ich gebe dir mal ganz kurz noch mal das Mikrofon. Hallo SAP Arena, ich brauche heute euer Hilfe ein bisschen. Ich habe was überlegt für heute und Liene Böger-Nielsen, would you come on the floor please? Das ist ohne Mikrofon. Okay. Der muss das Mikrofon. Aber er muss auf jeden Fall auf die Flüge gehen. Ich glaube, da muss man nicht übersetzen, welche Frage Mess Menta da gestellt hat. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Ganz kurz, Mess, Mess, ganz kurz. Du musst uns natürlich sagen, hat sie Ja gesagt? Ja, auf jeden Fall. So, großer Applaus, Mess Menta Larsen und natürlich auch an seine Verlobte. Da haben wir sie noch mal. Sehr, sehr schöne Aktionen. Das unterstreicht ja auch noch mal, was für ein familiärer Club die Rhein-Neckar-Löwen sind. Ganz gut. Vielen Dank.